Kapitel 8 Abfahrt Setzen wir Segel? rief Tim Waterbuck. Der Steinpilot rechnet fest damit, erwiderte Zacke. Das ist doch wunderbar, meinte Tim. Na, dem Problem mit dem Eisenholz, und als wir da nur noch das Ruder verloren haben, hatte ich wirklich schon Angst, der Sturmfall würde am Ende nie mehr auslaufen. Und jetzt sieh ihn dir an. Hervorragenden Schuss, und kaum noch zu bändigen. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Beschläge je so geglänzt haben. Und nicht nur die Beschläge, sagte Klotzkin. Hast du die Segel und Tower gesehen, die ganze Takelage, alles brennt neu. Und die Ausgleichsgewichte funktionieren jetzt perfekt, sagte Zacke. Auf dem Abbrechen wir in Kürze zu einer wichtigen Fahrt auf. Nachdenklich strich sich Tim Waterbuck über den Bad. Um das zu merken, muss man kein Genie sein, sagte Klotzkin. Die Frage ist nur, wohin? Tim schüttelte den Kopf. Der Käpt'n sagt uns bestimmt, wenn's soweit ist. Schon, meinte Klotzkin. Nur wenn wir fahren, dann am besten jetzt gleich, im Schuss der Dunkelheit. Im Gegenteil, sagte Tim Waterbuck. Wir sollten bis morgen warten. Damit die Patrouillen der Liegen uns sehen? Fragte Klotzkin. Bist du verrückt geworden? Ich nicht, Klotzkin, erwiderte Tim. Du hast vergessen, dass wir mit dem Sturmfall, so wie er jetzt ist, sämtliche Liga-Schiffe, die uns vor Folgen abhängen können. Schon, aber außerdem sind die Bodasum für selbst zur besten Zeit ein tückischer Ort. Sie im Dunkeln zu überqueren wäre Wahnsinn. Da können auch überall giftige Springquellen ausbrechen und bei Sturm hält dein Anker nirgends. Ganz zu schweigen davon, dass man nicht sieht, wo der Himmel aufhört und der Boden anfängt. Ich erinnere mich an einen Fall. Ich muss damals noch ein junger Spund gewesen sein. Wir waren auf dem Rückweg von... Zack unterbrach ihn. Der Käpt'n! Zerstör. Und noch jemand? Tim Waterbuck verstummte und drehte sich mit Klotzkin und Zackke zu den beiden Neuankömmlingen um, die über den Landungssteg an Bord kletterten. Käpt'n! rief Tim erfreut. Genauso über dich sprechen. Vielleicht können Sie unseren kleinen Streit beilegen. Klotzkin, ihr behauptet... Nein, Tim, kann ich nicht. Unterbrach Wolfen und Wolf ihn schauf. Er sah sich im Dämmerlicht um. Wo ist Hubble? Unter Deck, Käpt'n! antwortete Tim. Bei auch drauf! Ich glaube, die beiden helfen dem Steinpiloten bei der Feinstellung des Ruders. Wolfen und Wolf nickte. Und Slaivo? Die Himmelspiraten hoben die Schultern. Den haben wir nicht gesehen, sagte Tim Waterbuck. Wir haben ihn in der Unterstadt verloren. Er ist wahrscheinlich noch an Land. Er ist was? fuhr Wolfen und Wolf ihn an. Wie oft muss ich euch nur noch sagen, dass ihr Slaivo keinen Moment lang uns in den Augen lassen dürft. Er weiß, was er jetzt schon wieder im Schilde führt. In der Schenke zur Bluteiche war er noch dabei, erklärte Klotzkin. Dann war er plötzlich verschwunden. Wolfen und Wolf schüttelte fassungslos den Kopf. Slaivo ist unser Mat, erklärte er dem Professor des Lichts. Ein Schlitzer und Interregant. Er hatte gute Lust, ohne ihn zu fahren. Das Problem ist nur, er versteht seine Arbeit. Und da Twix schon in Unterstadt bleibt, hätten wir dann zwei Mann weniger. Er schüttelte den Kopf. Das ist so riskant. Twix bleibt hier? fragte Tim Waterbox überrascht. Ist er krank? Nein, er ist nicht krank, Tim, erwiderte Wolfen und Wolf wütend, obwohl sich das nichts angeht. Aber genug, brachte Wolfen und Wolf. Ich lasse mich im Beisein unseres Gastes nicht auf Diskussionen ein. Er wandte sich an den Professor des Lichts. Wenn ihr mir mit mir folgen wollt, ich werde euch persönlich in euer Quartier geleiten. Danke, das wäre nett, sagte der Professor. Ich muss noch einige letzte Berechnungen anstellen, bevor wir fahren. Selbstverständlich. Wolfenwolf schob den Professor weiter, ehe er zu viel über die bevorstehende Reise verraten konnte. Die drei Himmelspiraten seien einander verwirrt an. Wer war der Alte? Und warum kam Twix nicht mit? Wo und fuhr sie überhaupt? Plötzlich drehte sich Wolfenwolf noch einmal um. Nur Narren vertreiben sich die Zeit mit müßigen Spekulationen, rief er. Die Piraten schlugen schuldbewusst die Augen nieder. Sobald Slywo kommt, gib mir Bescheid. Aye, aye, Captain. Niedergeschlagen starrte Twix auf das Glas Waldsekt vor ihm. Mutter Pferdefeder hat es ihm vor einer Ewigkeit hingestellt. Damit seine Laune sich bessert, wie sie zuvor Fikur gesagt hatte. Jetzt war der Sekt warm und abgestanden. Und Twix herum war die Zecherei weiter voll im Gang. Grillendes Gelächter und laute Flüche ertönten. Geschichten wurden erzählt und Lieder gesungen. Und immer wieder brach heftiger Streit aus, da die Gemüter der Flachkopf- und Hammerkopfkobolde sich zunehmend erhitzten. Um Schlag Mitternacht begann eine Trollfrau einen Schlangentanz. Wenig später hatte sich die ganze Belegschaft der Stube zu einer langen Schlange formiert, die sich zwischen den Tischen hindurchwand. Schau, wie so trübsehig, Kamerad, hörte Twix jemanden sagen. Vielleicht kommt es ja ganz anders. Twix drehte sich um und blickte in das grinsende Gesicht eines Pöbelgenoms, der hinter ihm stand. Dazu ist es zu spät, seufzte Twix. Der Gnom sah ihn verständnislos an und kehrte den Achselzucken zu den anderen Tänzern zurück. Twix drehte sich wieder um. Er stützte die Ellbogen auf den Schlanktisch, legte den Kopf in die Hände, hielt sich mit den Fingern fest die Ohren zu und schloss die Augen. Warum fährst du ohne mich? Flüsterte er. Warum? Natürlich wusste er, was sein Vater ihm antworten würde. Ich will nur, dass dir nichts passiert. Oder eines Tages wirst du mir dafür danken. Oder am schlimmsten, es ist alles nur zu deinem Besten. Twix spürte, wie sein Kummer sich allmählich in Wut verwandelte. Gar nichts war zu seinem Besten. Dazu hätte er auf dem Sturmfall sein müssen, zusammen mit seinem Vater, von dem er so lange getrennt gewesen war. Gemeinsam hätten sie die Lüfte befahren in Jagd auf Reichtümer gemacht. Doch in einer lärmenden Spelunke in Obhut von Mutter Pferdefeder zu sitzen, während der Sturmfall und seine Besatzung zu einer wunderbaren Reise aufbrachen, war unerträglich. Twix Kummer wuchs noch, als er sich ausmalte, was er versäumen würde. Wie es wohl war, im Sog eines großen Sturmes da hinzufliegen. Vor seinem geistigen Auge sah er dem gewaltigen Blitz niederzucken, in der Luft erstarren und sich in festes Sturmfrags verwandeln. Er überlegte auch, wie es im berüchtigten Dämmerwald sein mochte. Der Sturmfall war zwar schon oft darüber hinweggeflogen, doch kein Himmelspirat hatte es je gewagt, dort zu landen. Ob der Dämmerwald dem Dunkelwald seiner Kindheit ähnelte? Ein unendlich großer, üppiger Wald, bärstenvoll mit Leben, mit den verschiedensten Bäumen, von summenden Wiegenliedbaum bis zu fleischfressenden Bluteiche und Heimat zahlloser Völker und Stämme und der verschiedensten Kreaturen. Oder war der Dämmerwald wirklich so mysteriös und tückisch, wie die Legende erzählte? War er wirklich der Ort verwirrender Sinnestäuschung und des Wahnsinns, wie ihn die Geschichtenerzählern ihren mündlich überlieferten Geschichten beschrieben? Twix seufzte. Er würde es nie erfahren. Was das größte Abenteuer seines Lebens hätte werden können, hatte sein Vater ihm grausam verweigert. Auch wenn Wolkenwolf es um Twix Sicherheit Willen getan hatte, weil der Junge ihm angeblich wichtig war, selbst das änderte doch nichts daran, dass Twix sie wie bestraft fühlte. Das ist einfach ungerecht, jammerte er. Was denn? fragte eine Stimme dicht neben ihm. Twix fuhrt zusammen. Wenn er dämlich grinsende Pöbelgnome ihm schon wieder zum Tanzen überreden wollte, würde er ihm aber Bescheid geben. Wütend blickte er auf. Slyvo! Master Twix, sagte Slyvo und zischte, seinen gekräuselten Lippen wurden zwei rein fleckiger, krummer Zähne sichtbar. Dachte ich mir doch, dass ihr es seid. Eben euch habe ich gesucht, obwohl es mir natürlich schmerzt, euch so niedergeschlagen zu sehen. Twix grunzelte die Stirn. Du hast mich gesucht? So ist es. Schnurrte Slyvo und rieb sich nach, denn ich das Kinn. Twix schluckte beim Anblick von Slyvos Hand mit den fehlenden Fingern und der faltigen Haut. Ich habe mitbekommen, dass ihr bei den Gesprächen zwischen dem guten Käpt'n und der Vogelfrau dabei wart. Ja und? Fragte Twix misstrauisch. Ich meine nur, obwohl der Käpt'n mich natürlich über alle Einzelheiten unserer kleinen Reise unterrichtet hat. Twix sah ihn überrascht an. Hat er das? Natürlich! Wir folgen dem großen Sturm zum Dämmerwald und suchen nach Sturmfrax. Ich weiß alles. Nur dann gegen Ende. Das Gedächtnis, ihr wisst schon. Also, Slyvo suchte nach Worten. Der Ligameister hatte mehr von ihm verlangt, als er erwartet hatte. Er sollte den Sturmfall unter sein Kommando bringen, Wolkenwolf töten und das Sturmfrax abliefern. Es war eine schwierige Aufgabe und er hätte sich ohrfeigen können, dass er die Schenke so vorschnell verlassen hatte. Schließlich musste er, wenn er Erfolg haben wollte, alles wissen. Auch das, was besprochen worden war, nachdem er gegangen war. Dumm von mir, ich weiß, fuhr er fort. Aber ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, wie die Besprechung zu Ende ging. Twix heftige Reaktion überraschte den Mat. Zu Ende ging? rief er wütend. Das kann ich dir sagen. Ich soll hier in Unterstadt bei Mutter Pferdefieder bleiben, wenn ihr zum Dämmerwald fahrt. Slyvo runzelte die Stirn. Ihr bleiben? wiederholte er leise. Sagt mir alles, Master Twig. Schüttet mir euer Herz aus. Twig hemmte die Tränen zurück und stillte den Kopf. Aber Master Twig, drängte Slyvo weinerlich, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und falls ich etwas tun kann, irgendetwas. Es ist wegen des Käptens, spudelt es aus Twig heraus. Er sagt, er will nicht, dass mir etwas passiert, aber das glaube ich ihm nicht. Ich kann es nicht glauben. Er schämt sich für mich. Das ist der Grund. Twig schluchzte jetzt laut. Er schämt sich, weil er einen solchen Trampel zum Sohn hat. Slyvos Augenbrauen fuhren überrascht in die Höhe. Wolkenwolf, der Vater des Jungen? Wie interessant. Wie überaus interessant. Fieberhaft überlegte er, wie er die neueste Information zu seinem Bevorteil nutzen konnte. Sobald er sich wieder in der Gewalt hatte, legte er twig die Hand auf die Schulter. Der Käpt'n hat ein gutes Herz, sagte er berühmt. Ich bin überzeugt, er will nur euer Bestes. Andererseits, Twig schnupfte, hörte aber zu. Andererseits ist der Unterschied zwischen fürsorglich und überfürsorglich sehr gering. Naja, mit der Reise in den Dämmerwald wärt ihr doch ein gemachter Mann. Twig sah ihn finster an. Jetzt eben nicht mehr, sagte er verdrossen. Er schüllte Slyvos knochige Hand von der Schulter und wandte sich ab. Warum gehst du nicht wieder? Für einen kurzen Augenblick spielte er ein Lächeln im Slyvos Mundwinkel. Monster Twig, sagte er. Ich gedenke keineswegs, allein zum Sturmfall zurückzukehren. Ich glaube, und ich will ganz offen sprechen, ich glaube, dass Wolkenwolf die falsche Entscheidung getroffen hat. Selbstverständlich müsst ihr uns in den Dämmerwald begleiten. Ich habe auch schon einen Plan, wie das geht. Slyvos Gesicht tauchte dicht neben Twigs Kopf auf, sein Atemroch schal und säuerlich. Wir schmuggeln euch an Bord. Ihr könnt euch unter Deck in der Koje von Hau drauf verstecken, dort sucht euch niemand. Twig hörte ihm schweigend zu. Das alles klang zu gut, um wahr zu sein. Dabei wusste er genau, dass Wolkenwolf ihn irgendwann entdecken würde. Und dann wäre die Hölle los. Ihr werdet sehen, alles wird gut. fuß Slavo neselnd fort. Ich werde den Käpt'n zum rechten Zeitpunkt über eure Anwesenheit unterrichten. Ich kriege das hin. Ich überzeuge ihn davon, dass es so richtig ist. Lasst mich nur machen. Twig nickte. Slavo drückte den Ellbogen des Jungen mit seinem harten, knochigen Finger. Dann kommt. Lasst uns gehen, bevor ich meine Meinung endere. An Bord des Sturmfalls herrschte eine angespannte Stimmung. Die Mannschaft stand bereit, während der Käpt'n dunkelrot vor Wut auf dem Achterdeck auf- und abmarschierte. Der Professor des Lichts ausgerüstet mit einem langen Piratenmantel und Klappflügeln hatte dem Käpt'n mitgeteilt, der große Sturm könnte jeden Augenblick losbrechen. Seitdem waren mehrere Stunden vergangen und das Himmelsschiff hatte immer noch nicht Segel gesetzt. Wolkenwolf blieb stehen und packte die Regelung. Slavo, du armselige Missgeburter eines Himmelsköters, brüllte er in die Nacht hinaus. Wo bist du? Stehe zu Diensten, Käpt'n, erzählte eine vertraute Stimme. Wolkenwolf fuhr herum. Hinter ihm stieg der Mard aus der Achterluke. Ungläubig starrte Wolkenwolf ihn an. Slavo, zischte er. Ich dachte, sie hätten mich gerufen, sagte der Mard unschuldig. Ich ruf dich schon seit mindestens drei Stunden, brüllte Wolkenwolf. Wo warst du? Bei Haut drauf, erwiderte Slavo. Eine Wunde an seinem Fuß hat sich entzündet. Ganz eitrig und geschwollen ist sie. Der Arme liegt schon im Delirium. Der Käpt'n sucht scharf die Luft ein. Er hatte seinen Mard wiedergefunden, aber offenbar sollte er für den besten Kämpfer verlieren. Haut drauf war ein furchtloser Krieger und hatte dem Käpt'n öfter aus der Klemme geholfen, als diesem lieb war. Wie geht es, Haut drauf jetzt? Als ich ging, schlief er, wittelte Slavo. Wer der Himmel ist, will, ist er beim Aufwachen wieder der Alte. Wolkenwolf nickte. Unau drauf, zum türkischen Dämmerwald aufzubrechen, war riskant. Trotzdem, da der Sturm unmittelbar bevorstand, musste er das Risiko eingehen. Er hob die Hand. Kommt alle her, ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Der Käpt'n erläuterte ihm seine Pläne und die Himmelspiratenhütten mit offenen Mündern zu. Wir gehen auf Sturmjagd, flüsterte Tim Waterberg erfürchtig. Im Dämmerwald, zacke er schaute. Und unser Auftrag ist unverändert, fuhr Wolkenwolf fort. Wir werden Sturmfrax für die Schatzkammer von Sanktefrax holen. Sturmfrax, rief Slavo in geheuchelter Überraschung. Jawohl, Sturmfrax. Deshalb begleitet uns der Professor des Lichts. Er kennt die Eigenschaften von Sturmfrax und wird dafür Sorge tragen, dass wir mit unserer kostbaren Fracht wohlbehalten heimkehren. Slavo runzelte die Stirn. Das war der neue Enkömmling also, wenn er es bloß früher gewusst hätte. Also dann, ihr reudiges Himmelspack, brüllte Wolkenwolf. Auf eure Plätze, wir fahren sofort los. Die Himmelspiraten zerstreuten sich eins in alle Richtungen. Wolkenwolf ging zum Steuerrad. Die Leinen los, schrie er. Ei, ei, rief Zacke zurück. Leinen sind los. Hakt die Enterhaisen los. Enterhaisen sind losgehakt. Lichtet den Anker. Der schwere Anker wurde eingezogen. Mit einem Satz sprang der Sturmfell von seinem Liegeplatz zum Himmel hinauf. Auf, mein Braver, flüsterte Wolkenwolf dem Himmelsschiff zu, das durch die Luft sprang und auf jede kleinste Berührung der steuernden Hebel reagierte. Du bist mir vielleicht ein munterer Bursche. Genau wie damals, als du frisch von der Werft kamst. Verzeih mir die vielen Male, die ich dich als gemein Schleppkahn missbraucht habe. Ich hatte keine Wahl. Aber jetzt, mein wunderbarer Sturmfeil, ist deine Zeit gekommen. Genau bei Anbruch der Dämmerung, worüber sowohl Tim Waterborg wie Klotzkin sehr zufrieden waren, fuhr das Schiff majestätisch über Unterstadt. Niemand hielt es an. Rosa- und orangefarbene gefiederte Wolken breiteten sich fächerartig über den Morgenhimmel aus. Wenig später erschien am Horizont auf der Steuerbordseite die Sonne. Zitternd und leuchtend rot stieg sie langsam höher. Wolkenwaff seufzte ungeduldig. Das Wetter sah leider sehr gut aus. Verblieb der große Sturm, den die Windfühler und Wolkenkucker prophezeit hatten, und der Professor das Licht persönlich bestätigt hatte. Im selben Augenblick schließt Zack im Ausguck einen gellenden Schrei aus. Sturm, Backbord, voraus! Der Käpt'n wirbelte herum und spähte in die Ferne. Zuerst konnte er im konsturlosen Dunkeln der schwindenden Nacht nichts Ungewöhnliches erkennen. Doch dann zuckte ein Blitz über den Himmel und dann noch eine kurze, grelle Explosion in Form eines Kreises. Eines Kreises, der blieb, wenn der Blitz längst erloschen war. Schwarz auf dunkelblau und von Sekunde zu Sekunde wachsend. Wieder blitzte es und Wolkenwaff sah, dass der Blitz kein Kreis war, sondern ein Ball. Ein riesiger, zischender und knisternder Ball elektrischer Energie. Eine brodelnde Mischung aus Dunkelheit und Licht, die über den Himmel auf sie zugerollt kam. Das ist der große Sturm, brittete Käpt'n gegen das Heulen des zunehmenden Windes an. Macht das Großsegel los, macht die Luken dicht und seilt euch an. Die Jagd beginnt. Das ist der große Sturm. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020